Dies ist die schwerste Zeit zu leben, aber auch die größte Ehre, jetzt hier zu sein und diese Zeit erleben zu dürfen. Es gibt keine andere Zeit wie diese. Wir sollten dankbar sein, denn die Schöpfung hat keine schwachen Geister geschaffen, um in dieser Zeit zu leben. Die Alten sagen, dies ist die Zeit, in der die stärksten Geister überleben werden. Jene, die leere Hüllen sind, jene, die die Verbindung verloren haben, werden nicht überleben. Wir sind Meister des Überlebens geworden. Wir werden überleben. Es ist unsere Prophezeiung, dies zu tun. Die Menschheit muss von einem Leben auf der Erde zu einem Leben mit ihr übergehen. Geocussin Ghost Hors Geocussin Ghost Hors